Musik Kennst du die Serie Pinky Malinkie? Ich kenne sie selber auch noch nicht. Habe sie mir mal ein bisschen angeguckt und dachte mir, hey, gefällt mir. Ist eine Bratwurst als Hauptrolle und ich denke mal, für einen Hotterkanal kann ja sowas eigentlich gar nicht mal verkehrt sein. Von daher bassten wir heute vom Pinky natürlich sein Häuschen. Ich würde mal sagen, Blöcke in die Hand. Auf geht's! Heute für den Start holen wir uns erstmal ein bisschen weißen Beton raus. Denn hey, blauer Beton, denn noch ein bisschen blauer Beton. Denn ein paar glatte Steinstufen, gelbe Keramik, weiße glatte Quarzstufen. Dann holen wir uns noch ein bisschen rote Sandsteinstufen raus. Dafür noch mal die Treppen und ein paar glatte Sandsteintreppen davon. Es geht wie immer los erstmal mit dem Grundriss. Das heißt, einmal den weißen Beton raus und dann fangen wir erstmal an, uns einfach mal drei weiße Betonblöcke einfach gerade hinzusetzen. Dann lassen wir so ein bisschen Platz hier für unsere Garage. Insgesamt lassen wir jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke Platz. Dann setzen wir beim siebten wieder einen Block hin. Den erweitern wir natürlich noch um eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Blöcke insgesamt hier. Und dann gehen wir nochmal zwei nach hinten weg und haben dann hier auf der Seite natürlich drei, so wie wir angefangen haben. Ich würde mal sagen, das können wir auch gleich ein bisschen hochsetzen. Und zwar die erste Reihe hier machen wir auf insgesamt vier Blöcke hoch. Auch der eine Zipp wieder an der Seite machen wir vier Blöcke hoch. Und danach machen wir die hinteren zwei auf insgesamt fünf Blöcke hoch. Also einen Block höher als wir es haben. Machen wir natürlich auf der anderen Seite genauso. Und sobald wir das denn hier haben, wollen wir natürlich jetzt auch noch den hinteren Bereich ziehen. Wir fangen einfach jetzt hier so schräg davon einmal an, dass wir hier einen Block hinsetzen. Den erweitern wir noch um eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke insgesamt. Dann gehen wir einmal da hinten weg. Da setzen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann hier sieben. Und dann wollen wir uns mal ein blaues Viereck uns mal zeichnen. Wir nehmen einfach den blauen Beton, setzen hier vorne einmal an, sodass es ein bisschen übersteht. Und machen eine Länge von eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke hin. Und das haben wir jetzt hier eigentlich auf jeder Seite, dass wir hier insgesamt auf jeder Seite sechs Blöcke haben. So, dass wir ein schönes Viereck haben. Sobald wir das Viereck haben, setzen wir einfach, wo wir jetzt unten angesetzt haben, einfach an der Seite hier nochmal an. Einfach dann hier oben einen Block freilassen. Und dann setzen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14 Blöcke insgesamt hier einmal ran. Und können das Ganze dann einfach nochmal nach vorne ziehen. Und sollte dann perfekt verbunden sein. So, jetzt können wir hier den weißen Beton, den wir jetzt nachgezogen haben, auf eine Höhe von insgesamt sechs Blöcke hochsetzen. Das heißt, einfach einen Block höher, als wir das natürlich jetzt schon hier vorne haben. Und können wir das oben einfach mal dann auch mit der anderen Seite verbinden. Sobald wir das Ganze hochgezogen haben, wollen wir natürlich auch hinten unser Viereck ein bisschen höher setzen. Da setzen wir insgesamt, würde ich mal sagen, ich zähle jetzt unten mal mit. Also wir haben ja eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Blöcke. Insgesamt machen wir das jetzt hoch. Also jetzt hier überall jede Seite elf Blöcke hoch. Sobald wir denn unser Viereck hier auf elf Blöcke hochgezogen haben, wollen wir das jetzt auch gleich noch an den Seiten noch ein bisschen erhöhen. Und zwar auf der Vorder- und Rückseite. Einfach so eine kleine Pyramide draufsetzen. So, einmal in der Mitte. Und dann nochmal hier ganz oben in der Mitte, dass wir hier so ein Zweier haben. Sobald wir das Ganze haben, können wir uns, sage ich mal, noch so einen kleinen Balkon hier oben einmal drauf basteln. Und zwar auf der Seite, jetzt hier auf der rechten Seite, jetzt vor unserem Häuschen, setze ich mir einfach nochmal zwei Blöcke hier einfach zur Seite einmal ran. Hier an der Seite. Und verbinde das mir nochmal hier auf beiden Seiten. Wunderbar, das reicht erstmal. Und dann wollen wir, sage ich mal, das auch nochmal bei unseren weißen Beton auch nochmal an den Seiten ein bisschen erhöhen fürs Dach. Wir fangen auf der Vorderseite einmal an. Und zwar lassen wir jetzt immer zwei Blöcke Platz. Dann können wir uns hier wieder eine Ebene einmal raufsetzen und lassen wieder zwei Blöcke Platz und die nächste Ebene rauf. Das machen wir so lange, bis wir oben ankommen. Und ganz oben haben wir dann einfach nur noch drei Blöcke. Dann soll das perfekt aufgehen. Auf der Rückseite machen wir das genauso. Wir fangen natürlich jetzt hier einmal auf der Seite an, dass wir hier zwei Blöcke lassen. Zack, können wir das mal einmal komplett bis zur anderen Seite ziehen. Fangen hier wieder an, lassen zwei Blöcke Platz. Wieder hier. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Passt immer noch nicht so ganz. Also dann müssen wir das hier auch nochmal komplett hier einmal hochziehen. So, dann nochmal zwei Blöcke Platz lassen. Wieder eine Ebene. Und jetzt aufpassen. Jetzt müssen wir hier einen Block freilassen. Weil wir gucken ja so mit vorne, ob das so ein bisschen passt. Und dann können wir einfach zwei Blöcke auf jeder Seite freilassen. Und haben hier auch nochmal drei. Und dann passt das perfekt mit vorne ab. Sobald wir das jetzt natürlich soweit haben, wollen wir jetzt schon mal anfangen, würde ich mal sagen, unsere Eingangsbereiche und sowas zu zeichnen. Vorher nehmen wir nochmal kurz unsere gelatten Quarzstufen und setzen die mal über unserer Garage hier einmal hin. Damit wir das hier schon mal so ein bisschen abschließen können. Und dann fangen wir erstmal mit den leichtesten Sachen an. Und zwar erstmal unsere gelbe Keramik zu überbauen. Die können wir auch gleich mal nehmen, um unser Garagentorns hier einmal hinzuzeichnen. Und das setzen wir einfach hier komplett einmal rein. Wunderbar. Sobald wir das natürlich haben, möchte ich das dann nochmal für unsere Türen verwenden. Eine Tür befindet sich natürlich vorne. Das ist unsere Haustür. Einfach hier in der Ecke. Ich lasse auf der einen Seite mir zwei Blöcke, das ist auf der anderen zwei. Und dann schlage ich mir die Mitte hier einfach mal so ein bisschen weg. Mach ich mir insgesamt auf eine Viererhöhe insgesamt. Ins Haus hinein können wir schon mal dann die Tür uns einmal platzieren. Darüber setze ich mir einfach mal ein paar Quatschstufen. Und darunter setze ich mir dann einfach ein paar glatte Steinstufen. Fertig ist unsere Haustür. Jetzt wollen wir natürlich noch eine Hintertür uns basteln, wie man natürlich zum Garten kommt. Da fliegen wir auf die Rückseite. Und fange ich jetzt einfach hier auf der rechten Seite an. Lassen wir zwei Blöcke Platz. Und schlagen wir dann hier nochmal auf eine Viererhöhe einfach mal meine Tür hier hinten rein. So wieder unsere Keramikblöcke einmal nach innen setzen. Und dann jetzt einfach nur mal ein paar Steinstufen unten hin. Und natürlich sollten wir auch noch die Quatschstufen einsetzen. Wunderbar. Sobald wir das haben, geht es los mit den ganzen Fenstern. Ich würde mal sagen, wir fangen am besten auf der Vorderseite an und arbeiten uns dann Seite zu Seite weiter. Wir fangen am besten gleich mal neben unserer Garage an oder bei der Garage. Und zwar können wir bei der Garage einfach mal hier oben vier Blöcke mal weghauen, dass hier unser Fenster später reinkommt bei unserem Garagentor. Dann wollen wir ein paar Fenster auch hier uns gleich reinbasteln. Wir lassen einfach einen Block Platz. Schlagen uns hier so ein zweimal zwei Fenster einfach mal weg. Einen Block Platz lassen und wieder so ein Fenster rein. Können wir auch gleich bestücken. Wir setzen die Quatschstufen oben hin. Obwohl halt, bei denen brauchen wir es eigentlich nicht. Hier müssen wir eigentlich nur die roten Sandsteintreppen einmal unten hinsetzen. Genau, das reicht schon völlig aus. So, jetzt gehen wir mal weiter hier zur Seite. Da lassen wir einfach mal zwei Blöcke Platz. Dann schlagen wir hier so ein Dreierfenster mal rein. Auch auf eine Dreierhöhe insgesamt. Und hier können wir jetzt die roten Sandsteinstufen unten platzieren und Quatschstufen oben. Genau. So, auf der Rückseite wollen wir uns auch noch ein Fenster machen. Da einfach mal gesagt, hier neben unserer Tür lassen wir so zwei Blöcke Platz. Dann schlage ich mir jetzt hier einfach mal vier Blöcke weg auf eine Dreierhöhe insgesamt. Setzen meine Quatschstufen oben hin und meine Sandsteinstufen unten hin. So, wenn wir das haben, geht es nochmal einmal hier zur Seite. Hier lassen wir einfach mal zwei Blöcke Platz. Schlagen zwei Blöcke weg. Mache ich mal auf eine Dreierhöhe insgesamt. Dann lasse ich mir so etwa drei Blöcke Platz. Und schlage mir nochmal so ein Fenster einfach mal rein. Hier können wir auch wieder unsere Stufen einmal unten wie oben dann noch einmal platzieren. Und sobald wir das denn soweit haben, wollen wir nochmal zwei weitere Fenster machen. Und zwar auf der Vorder- und Rückseite. Und zwar hier weiter oben gesetzt. Und zwar genau unter unserem Dreier. Schlagen wir einfach mal so ein 3x2 Fenster einfach mal weg. Können dann mal unsere Sandsteintreppen in den Ecken platzieren oben. Und die Stufen in der Mitte wie unten nochmal. So, das machen wir nochmal auf der Rückseite. Einfach genau unter unseren Dreier, zack, so ein 3x2 Fenster freihauen. Und dann unsere Sandsteintreppen wie Stufen hier nochmal platzieren. Und dann haben wir das fertig. So, dann machen wir nur ein weiteres Fenster. Und zwar bei unserem blauen Turm. Und zwar genau jetzt hier unter diesem Zweier. Schlagen wir einfach mal so ein 2x2 Fenster weg. Und können hier einfach mal unsere Sandsteintreppen mal hier so als Viereck platzieren. Und haben dann hier auch noch ein Fenster. Ja, sobald wir das dann erstmal alles haben, wollen wir jetzt schon anfangen, sag ich mal, unseren blauen Turm ein bisschen zu bemalen. Und zwar, ihr seht es ja schon da drüben. Da sind ja so Wolken dran und alles. Sobald wir das so ein bisschen bemalen. Und zwar mit unserem weißen Beton. Und dann einfach mit ein bisschen blauem Zement. Da kannst du dich ein bisschen austoben. Einfach hier so überall, so kannst du ein paar Wolken da einfach mal reinbasteln. Du musst jetzt nur auf eine Sache achten. Und zwar, dass, sag ich mal, unsere Wolken, die du dir jetzt hier bastelst, nicht unbedingt jetzt mit der Hauswand verbunden sind. Also so jetzt hier eine Wolke machen, sieht ein bisschen doof aus. Das verschwimmt ein bisschen zu doll hier mit dieser Hauswand. Von daher würde ich dann sagen, dass du irgendwie immer einen Block da Platz lässt. Wenn du dir da, sag ich mal, eine Wolke hinbasteln möchtest. Du kannst natürlich dann, sag ich mal, hier ein bisschen blauen Zement nehmen und den dann da, sag ich mal, hinsetzen, wenn du das halt machen möchtest. Das geht völlig. Das kannst du machen. Und dann tun wir uns hier so leicht aus. Kannst du dir das so platzieren, wie du möchtest. Einfach kunterbunt machst du dir jetzt hier so ein paar Wolken einfach mal rein. So, doll übertrieben habe ich jetzt nicht. Einfach so ein bisschen was gesetzt. Vielleicht könnte ich mir hier noch was hinsetzen. Ja, das reicht dann schon völlig aus. Dann können wir nun wieder mit neuen Blöcken mal weiter machen. Ich empfehle dir heute mal für das Häuschen ein bisschen türkises Glas. Scheiben wie Blöcke. Dann nehmen wir noch ein bisschen schwarzen Beton, um das Ganze zu verkleiden, falls man sich natürlich nicht einrichten möchte. Dann nehmen wir noch ein bisschen was fürs Dach. Dann nehmen wir einfach mal die schwarzeichenholt Stufend, Revenon, Blöcke, also ein bisschen das ganze Sortiment. Dann nehmen wir noch ein paar Polierte an die Siegtreppen raus und ein bisschen Zaun. Ich nehme jetzt einfach mal das Birkenzaun. So, erste Aufgabe wird sein, dass wir erstmal alles mit unserem Glas platzieren. Die Glasscheiben benutzen wir eigentlich nur fürs Garagentor. Das passt einfach am besten hin. Ansonsten nehmen wir jetzt für alles andere halt einfach unsere Glasblöcke, setzen die einfach mal dahinter ran. Und wer möchte, kann es dann natürlich dann verkleiden. Und ich finde, das passt einfach super mit den schwarzen Tonnen. Also setzen wir den dann einfach mal dahinter, weil das wirkt immer schöner. Ne, ich glaube, dazu muss ich nicht sagen, wenn man sich es natürlich nicht einrichten sollte. So, dann verkleiden wir erstmal alles. Nachdem wir denn alles einmal hier verkleidet haben, wollen wir natürlich jetzt anfangen mit unserem Dach, dass wir das jetzt erstmal zuziehen. Wir fangen am besten hier vorne einmal an bei unserer Garage. Das heißt einfach mal, wir fangen am besten an. Am besten so, dass wir erstmal hier vorne uns eine Blockschicht einmal raufsetzen. So, davor können wir dann einfach mal eine Stufenschicht hier uns ja einmal platzieren. Dahinter würde ich mal sagen, geht es dann wieder weiter einfach hier mit einer Stufenreihe. Und dann kommt wieder eine Blockreihe. Das Ganze wollen wir natürlich dann auch einmal überstehen lassen. Bei den Stufen setzen wir Stufen hin und bei den Blöcken einfach zwei um diese Treppen. Das war schon der ganze Zauber. Und dann können wir das einmal zur anderen Seite ziehen. Ich würde einfach mal sagen, dass wir hier an den Seiten vielleicht nochmal hier diese mittlere Stufe, darunter nochmal eine Stufe hinsetzen. Wirkt dann doch ein bisschen stabiler. Machen wir auf beiden Seiten. Okay, soweit wir das dann hier vorne einmal fertig haben, das Dach, geht es jetzt schon weiter, dass wir jetzt hier mit dem Hauptdach beginnen. Da wollen wir jetzt eigentlich, so wie wir es kennen, immer hier bei jeder Ebene, immer wieder an der Ecke einfach uns eine Treppe hinsetzen. So geht es dann natürlich dann auch wieder hier einfach runter. Ja, wir können auch schon hier an der Seite uns eine Treppe hinsetzen. So, und dann geht es wieder hoch. Einfach hier auf wieder geraden Fläche, dass wir uns einfach ein paar Stufen hinsetzen. Hier ganz oben in der Mitte, setzen wir in der Mitte dann einfach einen Block hin. Sobald wir auf der anderen Seite ankommen, können wir natürlich hier auch einfach mal eine Treppe ransetzen. Die können wir auch gerne schon da hinten ziehen und auch gleich mal überstehen lassen. Sparen wir uns ein bisschen Arbeit. Jetzt gucken wir mal hier vorne von unserer Garage. Da könnten wir theoretisch, nur theoretisch, sieht besser aus, einfach hier hinten die letzte Treppe, die wir hatten, mal normal hinsetzen. Dann verschmilzt das Dach so ein bisschen besser miteinander und sieht einfach schöner aus. So, danach haben wir jetzt natürlich eine schöne Aufgabe, und zwar natürlich das Dach hier einmal auch nach hinten überstehen zu lassen und das halt hier mit der Mitte einfach mal zu verbinden. Sobald wir so langsam in unserem Dach hier auch einmal schön zugezogen haben und auf beiden Seiten natürlich einmal überstehen gelassen haben, wollen wir das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen halt verstärken an den Seiten. Wir fangen am besten oben damit an, dass wir hier einfach statt einen Block natürlich eine umgediebte Treppe uns einmal hinsetzen. Sieht immer schöner aus. Und dann wollen wir das Ganze hier so verkleiden. Dann machen wir es ganz einfach, dass wir jeweils immer hinter jeder Treppe einfach uns eine umgediebte Treppe uns einmal platzieren. Das machen wir so lange, bis wir, sag ich mal, oben ankommen. Und hier bei unserer Dreiermitte setzen wir natürlich jetzt keine Treppe hin, sondern einfach unter der Stufe eine Stufe. Und das reicht schon völlig aus. Das könnte man hier noch sagen, machen wir hier noch eine Stufe hin oder nicht? Ne, lassen wir mal so. Ja, und dann reicht das hier schon auf der Rückseite aus. Wollen wir natürlich nochmal auf der Vorderseite machen. Das heißt auch hier einfach unter jeder Treppe, zack, setzen wir eine Treppe. Sobald wir das natürlich dann auch hier haben, wollen wir oben in der Mitte auch hier natürlich noch umgediebte Treppe hinter unserem Block setzen und dann hier einfach an den Seiten, zack, noch zwei Stufen hin. Okay, dann haben wir soweit jetzt auch unser Hauptdach schon fertig. Kommen wir natürlich jetzt noch zu diesem Dach von unserem blauen Turm. Da wollen wir jetzt einfach mal ganz einfach anfangen, dass wir jetzt hier an den Seiten halt einfach unsere Treppen hier einmal hinsetzen und das einfach so, wie wir es kennen bei Minecraft, einfach Treppe für Treppe hier einfach einfach mal raufsetzen. Ja, bis wir dann natürlich auch oben ankommen und dann geht es hier auch wieder auf der anderen Seite runter. Jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen. Und zwar, wir haben jetzt hier einen Balkon. Hier würde ich einfach mal sagen, dass wir, wenn wir hier runtergehen auf der Ebene, denn hier sind, hier in der Mitte einfach mal dann zwei polierte Anisidtreppen hinmachen, weil das, sage ich mal, dann sage ich mal hier so eine Klappe ist, wie man dann, sage ich mal, auf den Balkon hier kommt. Hier könnten wir uns den natürlich auch gleich mal einzäunen. Zack, 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 mit Zaun. Und dann würde ich mal sagen, damit das Ganze doch ein bisschen besser ist, setzen wir einfach statt einer Treppe hier, ups, keine Treppe hin, sondern einen Block, dann verbindet sich das Ganze, sieht auch noch ein bisschen besser aus. So, so können wir es natürlich nicht lassen. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch einmal überstehen lassen. Da können wir auch ruhig hier, sage ich mal, das Dach bis unter unserem Balkon hier einmal ziehen und lassen das Ganze dann natürlich hier an den Seiten wie immer einmal überstehen. Gehen natürlich dann so auch zur anderen Seite. Und sobald wir das dann hier überall haben, können wir das Dach natürlich dann auch hier wieder einmal ein bisschen stabilisieren. Und dann machen wir es ganz einfach, dass wir hier einfach drunter überall einfach ein paar Treppen hinsetzen. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal mit den Treppen. Wunderbar. Und dann haben wir das Dach auch schon fertig. Zu guter Letzt wollen wir natürlich noch ein paar kleine Feinheiten machen. Zum einen können wir natürlich jetzt hier bei unseren Türen noch natürlich einen Türkknopf anbringen, vielleicht auch noch eine Klingel vorne, dass man klingeln kann, wenn man da ist. Natürlich machen wir auf der Rückseite auch noch eine Türkknopf hin, aber hier lassen wir einfach mal eine Klingel weg. Ist ja die Hintertür zum Garten, da brauchen wir ja keine Klingel. Ja, dann können wir das Ganze noch ein bisschen dekorieren überall. Das heißt, wir nehmen uns ein paar Pflanzen raus, ein paar Zäunchen, um, sage ich mal, kleine Büsche darzustellen. Wir können natürlich überall Gräser uns so ein bisschen platzieren, oder Farmen, kann man sich auch noch ein bisschen hinsetzen. Und dann würde ich einfach, ich habe mir das da schon so ein bisschen markiert, damit ich schon mal weiß, so ein bisschen hier so. Die Blätter kann man sich ein bisschen machen. Einfach so vorne halt so ein bisschen alles platzieren. Vielleicht auch so ein Busch irgendwie an der Seite mal hin. Ganz einfach, so mit Zäunchen sowas darstellen. Vielleicht hier auch an der Ecke auch nochmal so einen dickeren Busch. Einfach mal so platzieren. Das reicht schon völlig aus. Kannst natürlich auch ein paar größere Büsche dir einfach mal hinsetzen. Ganz simple Büsche. So, einfach mal. Tobi dich aus. Setz dir einfach ein paar Büsche ringsherum. Man kann sich da austoben, wie man möchte. Seine Varianten einfach hier so ein bisschen platzieren. Ne, da kann man sich halt einfach austoben. Und einfach auch mal so ein paar Büsche hinsetzen. Das wirkt immer gut, wenn man, sag ich mal, so ein paar freie Flächen, sag ich mal, eine Hauswand hat. Dann kann man sich das da immer so ein bisschen platzieren. Ja, und wenn du dann, sag ich mal, hier einmal rumgegangen bist, ja, so ein paar Büsche überall ein bisschen platziert hast, Gräser und so, sind wir eigentlich mit dem Häuschen auch fertig. Und jetzt kann Pinky auch einziehen. Das Häuschen steht von Pinky. Jetzt kann er einziehen, mit seinen Freunden wieder Abenteuer erleben. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß im Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.